Historische Fotos, die du unbedingt sehen musst. Und das Letzte ist wirklich schockierend. Die Explosion der Hindenburg in New Jersey am 6. Mai 1937. Ein Bild von Annie Edson Taylor, der ersten Person, die die Befahrung der Niagara-Fälle in einem Fass überlebt hat. 1901. Ein amerikanischer Soldat teilt eine Banane mit einer Ziege während der Schlacht von Saipan. Circa 1944. Der Bau der Berliner Mauer, 1961. Ein Babykäfig, der dafür sorgen sollte, dass Kleinkinder beim Leben in einem Mehrfamilienhaus ausreichend Sonnenlicht und frische Luft bekommen. Circa 1937.